Wir sind alle, jeder von uns, in einer ständigen, friedlichen Panik. Wo zum Teufel sind die Leichen? Es gibt keine. Und woher stammt das hier? Wirft mir nie wieder einen Finger zu. Das kann ich nicht versprechen. Es gab ein Problem mit Manny. Jake, Jake, Jake! Wissen Sie wirklich nicht, was mit Monroe passiert? Nein, Sir. Ich schätze, er hat noch genau neun Finger. Wenn das alles vorbei ist, haben wir keinen Truck, keine Leichen, keine Verurteilung. So funktioniert unser System, ich garantiere es. Walter, komm schon, Junge! Lauf! Lauf! Es war noch jemand hier. Eine Frau. Verdammt nochmal! Jupp! Wenn du also nicht mehr in die Welt gehörst, hast du nur zwei Möglichkeiten. Du kannst ihr entkommen oder sie verändern. Und es scheint, dass ich ihr nicht entkommen kann. Du hast nur zwei Möglichkeiten. Du kannst ihr entkommen oder sie verändern. Und es scheint, dass ich ihr nicht entkommen kann. Sicher haben Sie einiges zu erzählen. Das ist einiges zu erzählen.